Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play, du mit mir, The X-Apics. So, ich hab relativ gute Nachrichten. Ich hab heute, also ab heute jetzt wieder ungefähr halbwegs viel Zeit zum Let's Playen. Und deswegen bin ich auch schon gerade hier fleißig am weiter LPen. Und ich muss gerade mal gucken, wie viele... Ein Secret fehlt, zwei Items und zwei Monströsitäten fehlen mir noch. Und dann werdet ihr vielleicht gemerkt haben, ich hab wieder ein klein wenig am Mikro rumgebastelt, also an den Einstellungen. Weil es ja hieß, es wäre etwas zu bastelastig. Was war das denn jetzt? Und ich hoffe, dass es jetzt so besser ist. Und auch generell, dass der Pegel jetzt so ist, dass man mich nicht mehr immer gleich atmen hört. Jedes einzelne Ding, also ich hab immer versucht, das rauszuschnippeln, so gut wie es geht. Aber das ist einfach ein Nervtöten dann. Und ich hoffe, dass das jetzt auch so funktioniert. Da waren wir ja schon. Ach stimmt, der Schalter. Jetzt bin ich hier. Ganz toll. Also ich hab so das dumpfe Gefühl, dass ich spontan nicht drauf kommen werde, wo das letzte Secret ist. Habe ich irgendwie so im Urin, dass das so der Fall sein wird? Aua. Äh, ich glaub's ja irgendwie nicht. Da war ich ja auch schon relativ überall. Ja, also ich glaub, es ist besser, wenn ich dann, ja, einfach mal ins nächste Level gehe. Hoffen wir's mal. Und mal noch grad ein kleines Update hinsichtlich, äh, des LP-Plans, was ich noch so let's playen möchte. Also ich will jetzt auf jeden Fall, äh, Duma fertig bekommen. Und sobald ich Nerva Winter Nights 2 und, äh, The Witcher fertig hab, werd ich wahrscheinlich kurz noch ein Horrorspiel dazwischen schieben. Und weil sich's auch so viele wünschen. Aber zuerst will ich halt die beide, äh, die beiden Games fertig machen. Werd ich halt noch Lego Racers 2 anfangen, weil das unbedingt weniger haben wollten. Ah, ist gar nicht mal so ne schlimme Bilanz. They will repent, okay. Also ich hab, äh, Halleluja. Und ich so viel, äh, planen hinsichtlich, wie lang das dauern wird, bis ich mit The Witcher und Neverwinter Nights 2 fertig bin. Hey, hallo, bleibst du mal? Hallo? Wer hat denn da jetzt auf mich geschossen? So, aufpassen, dass der da... Alter! Du hast das Recht zu sterben, auch wenn ich mal nicht dabei bin. Da war doch grad noch ein Pinky. Ach, der ist jetzt runtergeplumpst, okay. Hoffentlich bleibt der jetzt auch gerade mal da unten. Hallo? Hallo? Ah! Ah, das hat sich angehört, wie als hätte ich ihn... ...leicht umgebracht. Was wollen wir mit meiner Tastenkürzel hier? Berserker Faust, ich weiß es nicht mehr. Ach, Faust, das hier wollte ich so rum was. Na, komm her. Warum? Wieso? Wieso hat mich dieses Vieh jetzt hier gegrillt? Wie konnte das passieren? Oh, ich glaub, das hätt ich Sinn vorher machen. Na, egal. Habe ich noch voll? Hallo? Hallo? Ah! Oh, das war... Das war ungut. Das war sehr, sehr ungut. Jawohl, ich mach das wie ein... ...wie ein Boss. Ja, da hat sich angehört, wie jetzt wäre er tot. Okay. Live schnappen. Oh, holi moly. Ah, geh weg. Ich hab ein ganz ungutes Gefühl. Also, falls ich das ja jetzt nicht mehr schaffen sollte. Mit diesem Leben. Oh, ich glaub, das schaff ich nicht mit dem Leben, oder? Na, können's mal ausprobieren. Da war doch irgendwo noch so ein rotes Auge. Boah. Boah. So, das hätten wir auch. Oh. Oh, ho, 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 ho. So spät als nie. Ah. Hilfe, Hilfe. Oh, oh. Uhu. Okay. Gott. Der ist tot. Ah. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, 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 weg. Bleib auf. Boah. Da, 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 da. Der war ja gemein. Ich sollte vielleicht wieder speichern, hab ich so das Gefühl? Okay. So weit, so gut. Ah, da kann ich jetzt wieder da langs. Ich muss noch gerade da hinten mal noch mal kurz gucken. Ich weiß, dann hätte ich können mit der Kittensäge killen, aber ich wollte gerade unbedingt überleben. Und jetzt würde ich gerne... Ah ja, danke. Ah ja, danke. Geht doch. Ich müsste mal mehr mit der Schrot arbeiten. Ah, Feuerwerk. Das sieht aber schon steinig aus als vorher. Das muss ich ja schon sagen, zugeben. Ah, guck mal da. Ich lebe! Ich habe gerade gedacht, da wäre noch was. Holy. Moly. Uah. Ach, geht doch. Ja, total daneben, aber naja, immerhin. Uah, lecker. Ich kann aber noch mal hinten die Dinger da holen. Zack, zack, zack. So. Tja, und was machen wir jetzt? Jetzt bräuchten wir so eine rote, lustige, nette Karte. Und der ich aber ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wo die sein könnte. Oh, zwei Secrets nur. Schauen wir uns halt hier mal noch um. Ich glaube, ich sollte speichern. Das hat sich schon so stark ungesund angehört gerade. Ah. Kann ich noch ein bisschen anstöhnen, aber bringt mir nichts. Gerade schon gedacht, ich sterbe, beziehungsweise werde von irgendwas angegriffen oder so. Irgendwas. Oh, das ist aber knapp. Ich hätte aber leider schon gedacht, dass mich dieses Viecher irgendwie... Ah, was will der denn bitte? Oh, was will der denn jetzt noch mal sterben, Mann? Nicht doch. Achso, wenn ich mich gerade aufgesammelt habe, das sieht lustig aus. Uah, da gehe ich besser. Ah, guck mal da hinten. Ach, verdammt, wie. Aha. Uah. Warum hast du mich jetzt bitte getroffen? Das aber auch nix mehr. Huah. Oh. Huah. Huah, okay, weg. Huah. Huah. Heiligsblechle. Hallo. Ach, jetzt bin ich hier, ja was. Vielleicht werde ich das Ding nutzen, damit ich noch da langs kann. Naja, egal. Huah. Ah. Ich liebe. Huah. Huah. Oh, nö. Oh, nö. Huah. Huah. Huah, geier. Komm die. Her, verdammt. Ah. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wo bin ich? Ah. Gefällt. Ah, gelb. Was bist du? Huah. Wo zum Geier, verdammte Kacke bin ich? Ich schaff das, ich schaff das. Ich hab's tatsächlich geschafft. Huah. Nein. Nein. Das war jetzt sehr stylisch von mir. Und das ist jetzt vor allem sehr ungünstig. Das ist gerade sehr, sehr ungünstig. Wo zur Hölle war denn jetzt nochmal? Ah.